Wann werden die ihren... Oh nein. Der ist mega nein hinter mir. Ich hab den besten Fluchtweg, den es gibt. Haha, YOLO, YOLO. Ja, fick dich. Mann, nimm so was PvP-Skills, du Arschloch, Alter. Hallo, herzlichen Willkommen zu Let's Play Survival Games. Wir sind auf server.dustmc.de und wir spielen Survival Games. Ja, wer hätte es gedacht, das ist echt unglaublich, ne? Es steht zwar auf dem Sundnail und im Titel, aber wer hätte es gedacht, dass heute Survival Games wird? Weiß man ja nicht, ne? Und dann, würde ich sagen, geht es jetzt los? 3, 2, 1, und GO! Los, los, los. Ich hol mir noch einen Kill am... Sporn immer von diesen... Warte mal, der hat glaube ich ein Schwert. Ne, der hat kein Schwert. Aber egal. Ich folge jetzt einfach irgendjemandem in ein Haus rein. Und freue mich dann... Ach, ich hol mir den aus dem Haus. So, danke. Dein Schwert, es gefällt mir sehr gut. Dein Schwert. Ein schöner Aschein. Ne, scheiß, pass auf, ist jetzt egal. Ist jetzt egal, wir wollen nicht weiter darüber, dieses Thema. Ne, 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 du. Ne, uh. Wir wollen nicht weiter über das Thema reden. Und ich rede schön laut, damit ihr mich gut hört. Poilettenputzer kommt da. Und... Und... Das war einfach nur krank. Okay, YOLO. Ähm... Dein Schwert, das gefällt mir rot. Dein Schwert. Wir gehen einfach pumpsen. Gestern ist übrigens eine geile Survival Games-Runde. Ich weiß gar nicht, ob ich die... Ach, vielleicht lade ich auch noch diese Runde heute hoch. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Wie ich einfach nur uprage. Ist da drin? Probieren geht, überstudieren. Bum, 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 bum. Schöne Runde, bis jetzt. Leider noch kein gutes Schwert, aber Ups, ich hab jetzt fast, ey, das wäre so bitter gewesen, wenn jetzt ein Kampf gewesen wäre Einfach, und ich hab kein Schwert in der Hand Muss ich erstmal stehen bleiben, mir Schwert rausnehmen Und so Ey, vielleicht, vielleicht wurde die Truhe nicht geöffnet, auch wenn es mich wundern würde Ja Also wir haben jetzt mal wieder meine Standard-Route Obwohl wir was nochmal machen können, wir können auf den Berg gehen Und von da die Route laufen, auch wenn ich glaube, dass da die Truhen schon geräumt wurden Wir haben aber drei Kills in dieser kurzen Zeit schon Das läuft, Leute, das läuft Ist hier noch eine Truhe? Ja, ne Dann hätte mich das jetzt auch wirklich ein bisschen überrascht So Ein bisschen überrascht hätte es mich Äh, ist dreiß Oh, Gott Da schreibt so einer, was ein Chat war, dass ich ein Schwäger Äh, was ein Jolo Schwäger ist Wir haben noch vier Fische Ein rohes Hühnchen Drei Äpfel Und, ähm, ein Steak Äh, zwei Äpfel natürlich Und, äh, gebratene Steak Darf man natürlich auch nicht vergessen Mal sehen, ob irgend so einer die Kiste hier nicht kennt Was ich irgendwie voll feiern würde Die jetzt hier in dem Loch drin steht Haha Der Boki ist mal wieder im Loch drin Äh, äh, okay Äh, äh Oh, das ist ein Team, glaub ich So wie die kämpfen Oh, Gottes Willen Vier Leute, da ist bestimmt Ein Team dabei Mir ist es jetzt egal Ich spiel jetzt voll auf Jolo Jolo-Molo-Taktik Oh, jetzt kommt sein Teammate gleich von hinten Und wird mich versuchen zu töten Und das war mir so klar, Mann Geh dich verbütteln, Junge Ey Ey, Alter Du bist doch einfach die Pest, ey Weißt du Ganz ehrlich Geh dich vergraben Du bist scheiße Sehe es rein Du bist kacke Mann Das war so eine geile Runde bis jetzt Und dann kommen diese Hurensöhne an Alter Wann werden die irgendein Oh, nein Der ist mega nein hinter mir Ich hab den besten Fluchtweg, den es gibt Haha Jolo Jolo Ja Ja, Junge Ja, Mann Fick dich ins Knie Oh, mein Gott Wenn du Alter, das muss einfach die Pre-Endure-Szene werden Wenn ich das Ey, ich Weißt du Allein nach dieser Aktion Ich lad das hoch Jetzt, sorry Leute Wenn die Runde doch mal schlecht wird Aber Das muss jetzt hochgeladen werden Das war einfach der Weg Die Weglauf-Skills des Kings, Alter Ohne mich jetzt selber irgendwie feiern zu wollen Haha, wie geil Ich, ey Wenn das jetzt übertrieben rüberkommt Aber ich feier Äh, freu mich Ich feier mich gerade richtig deswegen Ach, 13 Tribitulverbleiben Ja Schreibst du Oder was Ach Gott Gott, Gott, Gott Es gibt einfach Menschen Die sind komisch im Kopf Alter Wenn das nicht Hammer war Leute Wenn das nicht Hammer war Dann weiß ich es auch nicht Aber ich finde ganz ehrlich Wenn man ein Team macht Und dann so richtig Pussy-Team halt Warte mal Die Truhe kennt nicht jeder Weil die da oben ja doch ein bisschen blöd steht Ist da wieder das Team Wollt ihr mich verarschen Oh, das sind solche Jolo-Kinder Wie viele Teams Alter Das ist so kacke Ich habe euch gesehen Pass mal auf, pass mal auf, Leute Pass mal auf, pass mal auf Wenn der jetzt kommt Ich habe eine Idee Der ist alleine jetzt So macht man das Ja, Mann Ja, Mann Alter, wie geil Wie geil Wie geil diese Runde einfach nur ist Wie geil Diese Runde einfach nur ist Ich habe ohne Spaß selten so gut gespielt Bam Bam Alter 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 Wie geil Wie geil DGG Wie geil das einfach nur ist Leute, bitte Das Das ist einfach nur Ey Ich feiere das gerade richtig Boah, die ist so Hammer Die ist so Hammer Die Runde Irgendwo war hier noch ein Fall, glaube ich Die ich verschossen habe Ja Fluchtaktionen ein Weil ich Ich feiere das übel irgendwie Wenn man solche Wenn man die Gegner einfach nur übel disst Ich meine Alter Wie verarscht musst du Ich will es nur dem sagen, also es soll jetzt nicht so klingen, dass ich jetzt mir irgendwie keine Ahnung Abos holen möchte, weil ich sage, ja ich nehme auf, ey guck doch mal bei mir vorbei, ich bin cool Und so, ich bin jolo, feger, alter, ich habe keinen goldenen Apfel, ihn tust, deswegen heißt es jetzt erstmal richtig schön defensiv agieren Das dahinten ist, glaube ich, ein Team Toll Mhm, 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 mhm Alter, wo kommt der denn her? Boah, den habe ich gar nicht gesehen Ja, Mann Ich glaube, der hackt Geil Jetzt ist er weglaufen Ich glaube, der hackt Der trifft irgendwie sehr komisch Er sieht irgendwie anders aus als bei anderen Ich weiß aber nicht Ich möchte jetzt nichts unterstellen, ja Also nicht, dass ich jetzt hier der asoziale bin, der sagt Oh, der hackt, der hackt, der ist gut, der ist besser, ich, deswegen hackt der Nee, ich, mich kostet an, wenn Leute mich als Hacker bezeichnen Aber Beim einigen Sieht es eben etwas anders aus Ja, fick dich Mann, jetzt ist das PVP-Skill, du Arschloch, Alter Ich bin der böseste Hacker Ah, das ist mein Shit Alter GG Ich bin so böse, ich bin ein Hacker Ah, ah, ah Alter, Leute Ich sag noch gerade Ich hasse es, wenn Leute mich als Hacker bezeichnen Und Dann kommt der an Und nennt mich Hacker Das ist einfach so episch Es gibt so viele Pre-Interest-Szenen, die ich dieses Video machen könnte Aber ist mir jetzt einfach egal Ich mach diese, ähm Wo ich übers Haus weggelaufen bin Aber, Leute Wenn ihr dieses Video feiert Das war einfach nur episch geil Lasst doch ein Like da Und ja, ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Video Bis dann Und ja, einfach mal Bye, bye Ciao